auch noch da geholz haben war glas für das ist industrie ne industrie ich meine jetzt die muss ja nicht von hier die fahre nur nach hier rüber gut der fährt danach hier genau da wird es ein spieler knapp 100 und da sind jetzt 60 aber da kommen ja noch welche ja momentan noch gar nichts wie du siehst so ich komme nicht bauen wegen stahl 117 von 115 jahren da brauche ich noch nichts machen bei holz brauche ich auch noch nichts machen dass die können die ganz gemütlich weiter dümpeln im lager ist kein holz mehr wir haben kein holz mehr die sind aber alle an die produktion hat noch nicht ich mach mal ich gehe mal auf 0 damit sie ein bisschen schneller arbeiten mein holz haben wir an sich immer noch genug aber also bretter holz bretter haben wir genug regatta das ist doch das hier noch ja cool da hat jemand wo genießt ja in der kunst reise es ist kein regen solange den kopf nicht ab und blutet ich weiß nicht noch nicht noch nicht noch nicht ach da ist das boot ja das fährt ja so viel kartoffeln kann er gar nicht rüber fahren was die haben wir keine kartoffeln du lieferst ja wohl alle ab du fährst ja wohl alle abliefern nicht immer nur scheibchenweise nicht nur 50 sondern komplett der hopfen ist auch wenig das gut ja so so ist das wunderschön also bier ist ziemlich wichtig falls ihr das so nach der 12 oder 13 folge wissen wollt wie gesagt auf der insel mache ich wirklich erst noch mal sehr langsam gibt es danach noch was weiß ich gar nicht ah tatsächlich wer passt nicht acht nur war da nicht gerade noch neun ach so handel stopp mit rechtsklick na gerade denn bleibt da wo ihr seid kann verkauft werden ach ja das kann auch verkauft werden verkaufen seife zieht auch wieder was was haben die denn hier überhaupt oh gott die wollen auch bier haben rum scheib sollte man ne geht da auch nicht doch man kann die jetzt umplatzieren sollte man die hier vielleicht irgendwo nach hinten verschlägen verlegen dass man da hinten so gesehen dann dann erneut anfangen so gesehen mit denen ist das eine gute idee oder hier oben am besten dann wenn dann hier oben weil da ehrlich gesagt überlege ich gerade ich bin zuversichtlich dass wir es jetzt haben erwische ich sie bei besonders guter laune direkter ja wow so nach der ja höheren folge läuft es mega gut ich bin sehr glücklich wie er schon gerade gesagt hat geil ich kontrolliere ich nur mal kurz mein pc weil wohin denn so ich mache mal ein bisschen lauter für euch weil ich habe mir mal auch ein zwei drei videos von mir angeguckt und mir so gedacht oh bin ich laut die musik ist dann nur so als hintergrund jetzt klingt es aber wieder ein bisschen jetzt nicht mehr alter die hat jetzt ja auch schon angelegt sicher hast du mir eine kleine spende mitgebracht für die weisen kinder kann man die anteilien wieder verkaufen ich teste mich mal dieses spiel willst du also spielen ich will es dann später wieder verkaufen für mehr als also ab 29.000 könnte ich drüber nachdenken wir haben alle unsere kleinen Macken ich zum Beispiel biel drück dich weg ich brauche mal ganz kurz einen stift und zettel dass ich das mir merke weil das ich denke mal weil das dauert lange bis ich die wieder verkaufe wie heißt die denn ravenrode anteil sorry leute ravenrode anteil schiff vom stapel gelaufen spielstand gespeichert 29.000 äh euro keine ahnung was ist das hier eigentlich für ein dollar natürlich klar so verkaufsgewinn ach so ich würde also jetzt schon gewinn machen ich habe es gekauft und ich würde genau jetzt schon gewinn machen wow ok krass krass ja gut als erster adjutant ihrer majestät bin ich äußerst aufmerksam der geringste Anflug eines Lächelns in ihrem Mund muss mir genügen also momentan noch nicht weil wir können sie selber herstellen wir haben viele missionen neue befehle die feuerlichkeiten sind beendet als nur originell oh sag jetzt nicht weil ich anteile gekauft habe von oma so doof ist ja anhört ich glaube ich kaufe gleich noch einen anteil aber ich glaube wenn ich zu viele anteile habe baut sie weniger jetzt würde ich 829 gewinn machen oder kriege ich dann das ich weiß es nicht da muss ich das weiß ich nicht ich weiß ich nicht ja ich habe das nur gemacht damit ich geld kriege von dir später ich könnte es jetzt schon habe ich denn wirklich das als gewinn ich weiß es nicht ok hier muss ich dann aber auch nochmal aufschreiben jetzt habe ich den Stift ernten wieder zurückgefragt ich kann auch hier draußen bleiben so wie heißt die bohr shot 23 also 24.000 so weiß ich finde ich immer nochmal sicherer auch wenn man sich merken kann dann irgendwann denkt man sich so war das jetzt so oder so ja gut abwerfen immer alles was geht ja kartoffeln habe ich zu viele na die piraten haben wir gar keine chance hier eigentlich oder sind sie noch glücklich die sind noch oh glücklich sind sie ja aber das ist ja dann nicht mehr so vor fünf fenster 6500 ok ich bleibe jetzt erstmal dran sorry aber Anteilsankommen also ich kaufe jetzt hier nicht noch was weil ich habe hier oben ja auch schon was 1000 so gut dass ich was gekauft habe da brauche ich nicht auf der karte zu rückspringen so ach wie viele arbeiter nein der leiden ach scheiß drauf so äh ganz ehrlich das kann man doch bestimmt bald ne paprika scheiße paprika hier da müsste ich mir eigentlich die kleine insel holen kein platz mehr frei ich meine schon fast so doof wie es sich anhört ich hatte schon befürchtet dass die maschinen mich ersetzen würden ähm ich mache hier drauf nicht wirklich viel mehr momentan weil ich brauche momentan nichts ich meine klar kupfer brauchen wir später aber momentan äh drei wenn wir angegriffen werden dann steht das hier wohl hoffe ich irgendwo hier ist eine kanone da ist eine kanone da ist eine kanone also eigentlich sind wir doch gut geschützt hier mag ich sehr stark hoffen ja die werde ich später auf jeden fall danach hier oben verfrachten oder nach hinten das weiß ich tatsächlich noch nicht was stahl junge 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 alles anhalten also gut jungs ran an die arbeit jetzt wird hier wieder verstunkit alles ich überlege gerade ganz ehrlich auch diese schönen sachen hier rüber zu voll verlegen wenn das hier so weiter geht will ich hier vorne vielleicht doch nochmal mal stopp wofür du bau machst weil das ich ja nun wirklich nicht dass hier irgendwelche piraten hier rumlungern ist kein radius schade was ist mit euch auf einmal passiert alter scheibenkleister ach verdammt ja ich müsste erstmal eine straße bauen ich brauche jetzt mal so eine scheiße lebensstraße äh rathaus kann leider noch nicht gebaut werden aber hier vorne müsste ich jetzt auch mal wieder normale häuser bauen scheiße holz holz jetzt geht es hier wieder richtig ab ich bin mit arbeitskraft schlecht ja ich lasse es erst noch mal äh 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 scheiße ok das ist wohl oh weia ach so weil es aus ist weil es pausiert ist eine schule eine kirche problem ist der ganze mist musste auch hier erstmal aufgebaut werden oh gott ich stehe mal wieder vor einer neuen herausforderung muss jetzt da oben wieder alles weiß werden los holz holz ja die müssen auch noch alle da hoch es mangelt an arbeitskraft jaja ich bin schon dabei da bin ich schon dabei ich bin schon dran sowas so Ich brauche 20 Holz Kann ich ein Rathaus bauen? Kirche Die wollen eine Kirche Eine Schule wollen sie auch Ja Konserven, ja gut, okay Das dauert so oder so noch Persönlich würde schon fast sagen, dass ich die kaufe Ich würde 10 machen, aber egal Sehr schön Ich dachte, das wären alles Blaupausen, sehr gut Feuerwehr brauchen die da oben auch noch Konkurrenten Haben ein Handelsabkommen geschlossen Konkurrenten Schein keine Oh Ich gucke mir mal kurz meine Anteile an Achso, Quatsch, kann ich euch hier oben direkt Okay, ist immer noch gleich Na gut, ist 100 und hoch Und im Chigardinchen Ist auch 1000 hoch Ja, nö, ist gut Finde ich gut Wie es momentan läuft So, wo ist hier mein Handelsschiff? Huch, da Äh Äh, wie so 50 Nee, nee So, jetzt Also die Kartoffeln können sie wahrscheinlich gar nicht Verarbeiten Haben sie denn hier genug Saufen? Haben sie auch Jetzt kann er die auch nicht mehr abholen Was ist das denn hier? Wir helfen, wo wir können Zur Stelle Scheiße Kacke Er kann sie jetzt natürlich auch nicht abholen Oh, ist das ärgerlich Gut, wir haben auch genug Das ist jetzt auch nicht so wild Aber Ich muss jetzt mal ganz kurz Ganz kurz zusammenbleiben Die Folge wird wieder länger gehen Wir lassen wieder die Die letzte ist Ah, der hat Der hat bestimmt Kartoffeln gekauft Junge, Junge, Junge Aber richtig Sehr schön Der hat Kartoffeln gekauft Ja, Omi Hast du selber gemacht Ein bisschen Paprika Ah, die Kleine war ja auch Paprika Stimmt ja Äh Hallo 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 Okay So, ich muss aufrüsten 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 So Lalalalala Es mangelt an Arbeitskraft Ja, ja, ja Ich weiß Ich weiß Aber auch ein Feuerwehr hier oben So Ihr müsst jetzt aber schon deutlich glücklicher sein Bis auf die Schule Aber doch Doch, doch Verschlechtert sich Ich glaub Die brauchen Ich hol mir doch noch mal ein Würzhaus Ich hol mir doch noch mal ein Würzhaus Achso, nee Andere Straßengibscheibe da noch nicht Äh Äh Die Brücke kostet ziemlich viel Okay Okay So Ja, die soll ja glücklich bleiben Deswegen mache ich erst mal Minus, weil ich habe ja noch nicht so viele. Selbst hier fehlen schon wieder welche. Ach, Blaupausen habe ich gar nicht mehr. Geil, hier hinten. Nur hier oben zwei. Eine. So, jetzt können sie sich ja auch besaufen. Ich verstehe, ich habe es nicht. Verbessert sich. Nee, Bier. Bier war doch nicht, genau, hier. Getreide, verdammt. Ich glaube, ich brauche noch mal ein Getreidefeld. Ganz ehrlich. Mehl. So. So. Kann ich hier noch irgendwas bauen? So. Der fährt ja dann. Ach, nach hier direkt. Sehr gut. Der müsste eigentlich... Und sieht das Material aus. Ja, ja, ich sehe schon. Gut. Ja. Weiß man, eine schöne lange Folge bestimmt. Ich glaube nämlich nicht, dass ich jetzt hier irgendwas noch schneide. So groß. So, davon haben wir genug. Die müssen auch erstmal höher kommen. Mit einem mache ich das mal. Wir brauchen es ja. Eine Sache merke ich langsam. Es fängt langsam an zu stoppen und zu ruckeln. Wenn ich hier bin, habe ich... Oh, 37 FPS. Ja. Ich werde da nochmal auf jeden Fall gucken, was ich da nochmal runterdrehe. Oh, schön. So, hier sieht es wieder schön aus. Da geht es hoch. 20, 30, 30. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Mit dieser Session war es das wieder. Ich glaube, das waren jetzt auch schon wieder vier oder fünf Folgen. Ich glaube vier. Und bis dann. Tschüss. Abonniert mich.